Eine Zahnbra-1-Viertel-CKI ist eine feste Prothese, die verwendet wird, um fehlende Z-Arnie zu ersetzen. Sie besteht aus einem oder mehreren K-1-Vierteln-ästlichen Z-Arninen, die mit Kronen auf benachbarten Z-Arninen befestigt sind. Zahnbra-1-Viertel-Zeten werden haufig verwendet, um das Aussehen eines Latschellens zu verbessern und die Funktion von Z-Arninen wiederherzustellen. Es gibt verschiedene Arten von Zahnbra-1-Viertel-Zeten, darunter konventionelle Bra-1-Viertel-Zeten, klebende Bra-1-Viertel-Zeten und Maryland-Bra-1-Viertel-Zeten. Konventionelle Bra-1-Viertel-Zeten verwenden Kronen, die auf den benachbarten Z-Arninen platziert werden, um die K-1-Viertel-N-ästlichen Z-Arnie zu Stah-1-Viertel-Zeten. Kleine Bra-1-Viertel-Zeten hingegen werden mit einem speziellen Klebstoff an den angrenzenden Z-Arninen befestigt. Maryland Bra-1-Viertel-Zeten sind eine minimalinvasive Option, bei der die K-1-Viertel-N-ästlichen Z-Arnie mit Fla-1-Viertel-Gellen an den benachbarten Z-Arninen befestigt sind. Es gibt mehrere Ga-1-Viertel-Ende, warum eine Zahnbra-1-Viertel-Zeten verwendet werden kann. Einer der haufigsten Ga-1-Viertel-Ende ist, um eine La-1-Viertel-Zeten-Ki zu schliehen, die durch den Verlust eines oder mehrerer Z-Arnie entstanden ist. Eine Zahnbraeinviertel CKI kann auch verwendet werden, um die Stabilität von benachbarten Zahninen zu verbessern, die durch den Verlust eines Zahnes beeinträchtigt sein kann ihn. Eine Zahnbraeinviertel CKI bietet auch asthetische Vorteile, da sie das Aussehen eines Latschellens verbessern kann. Durch das Ersetzen fehlender Zahnähe kann eine Zahnbraeinviertel CKI das Selbstvertrauen und das Wohlbefinden des Patienten steigern. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Zahnbraeinviertel CKI regelmaeige Pflege erfordert, um lange haltbar zu bleiben. Eine gute Mundhygiene ist entscheidend, um die Gesundheit der Zahnähe und des Zahnfleisches rund um die Braeinviertel CKI zu erhalten. Regelmaeige Zahnarztbesuche sind ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass die Zahnbraeinviertel CKI richtig sitzt und gut funktioniert. Insgesamt ist eine Zahnbraeinviertel CKI eine effektive Lassung, um fehlende Z-Ani zu ersetzen und das Aussehen eines Latschellens zu verbessern. Sie bietet asthetische Vorteile sowie funktionale Vorteile und kann das Selbstvertrauen und Wohlbefinden des Patienten steigern. FA1Viertel R weitere Informationen A1Viertel BER Zahnbraeinviertel Ciken und deren Verwendung sollten Sie sich an Ihren Zahnarzt wenden. Ein Zahnarzt kann Ihnen helfen, die beste Lassung FA1Viertel R Ihr individuelles BDA1Viertel R FNES zu finden und Ihnen bei der Pflege Ihrer Zahnbraeinviertel CKI helfen. Mit der richtigen Pflege und Regelmaeigen Checkups kann eine Zahnbraeinviertel CKI viele Jahre lang halten und Ihnen ein strahlendes Latschellen schenken.